Ende 2023 soll der Kobold-Pumuckl in einer Neuauflage auf den Bildschirmen zu sehen sein, und dank künstlicher Intelligenz in der Stimme des 2005 verstorbenen Hans Klarin zu hören sein. Als Vorlage dient die Stimme des Kabarettisten Maximilian Schafroth, die mithilfe von KI in die unverwechselbare Pumuckl-Stimme von Hans Klarin umgewandelt wird. Die Seele des rothaarigen Pumuckl bleibe weitgehend unverändert, da besonderer Wert auf eine behutsame und liebevolle Modernisierung gelegt worden sei. Ähnlich wie die frühere Serie wird neue Geschichten vom Pumuckl eine Mischung aus Animation und Realfilm sein. Darin spielt der 39-jährige Florian Brückner Meister Eders Neffen. Die Zuschauer werden zwischen zwei Sprachversionen wählen können, entweder mit der Originalstimme von Schafroth oder mit der künstlich erzeugten Stimme von Klarin. Die 13-teilige Serie wird Ende 2023 bei Super RTL und RTL ihre TV-Premiere feiern, doch schon im Juni können Zuschauer den neuen Pumuckl auf dem Kinderfilmfest in München erleben. Die 13-teilige Serie wird Ende 2023 bei Super RTL und RTL. Die 13-teilige Serie wird Ende 2023 bei Super RTL und RTL. Die 14-teilige Serie wird Ende 2023 bei Super RTL und RTL. Die 14-teilige Serie wird Ende 2023 bei Super RTL und RTL.